meinem spielkinder seid mir ganz recht herzlich meine freunde wir sind hier in stansboro und ja es ist die letzte aufnahme session wir haben gemacht eine let's try ich weiß gar nicht wievielte folge das jetzt ist und wir wollen mal gucken was wir noch für einen quatsch machen können weil alles was wirklich irgendwie auf zeit geht und so ist nicht meins von das krieg ich nicht hin ich hätte keinen schluck von dann bringen können kann ich ein bisschen so manchen kam danke okay was hast du gerade hast du gerade die swings beleidigt lässt sich das nicht gefallen was da was was schreist hier so rum aber dafür braucht man hat sich nichts gefallen lassen finde ich gut was kommt denn da geflogen vorne sommer ist hier ist der kalt kind cooler cooler wagen wer schießt das schießen irgendwelche irgendwer ist immer am schießen Значит word ogino ba im gewoon feuerstußen Moment ganz kurz mal gucken was haben wir jetzt zum gewirn aber das finde ich gut aber das finde ich geil wo ist einer wenn wir sich mehr anlegen freunde das ding ist cool okay aber da seht ihr das an der ansammlung an karten sammlung aber das muss ich euch verweisen war das mit dem verheißen wie verdammt war das mal im bereisen sich dass wir vergessen mit dem freisen aber es macht mal noch mal weg das tut mir leid das tut mir leid dafür muss ich dann mal begleiten schuldigung muss man immer weiter gesehen also ich finde es ja war unglaublich toll und überhaupt nicht was ich will nicht merken ich bin zu blöd zu merken sagen was wir es ist so mal ganz kurz gucken wir haben jetzt eine schöne schnelle maschine wir kommen uns was im moment das war der falsche knopf was haben wir noch für aufträgen was könnte man wahlkampagne der zerstörung weil ich durch system zu kommen wenn das rennen ich will das verkackte sein nicht beenden vor nicht ich würde ja nicht viel über auto fahren mich erlichen aber 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 danke dass du mich nicht überfahren hast auch was das ich hätte gerne mal mit kollege du bist von total cooler sie war das ist ein bisschen aus die halkogen mein freund aber 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 ich wieso das das ding lässt sich nicht lenken freunde wo ist halkogen ich kann nicht rechtsklicken freunde jetzt jetzt kann ich rechtsklicken moment so jetzt ja ja jetzt geht jetzt geht jetzt geht es super und jetzt müssen wir so müssen wir auch verdammt muss man jetzt hier dieses verkackte rennen starten ich von ihr wisst euch kann das überhaupt nicht ich bin schon wieder falsch gelaufen ich bin schon wieder falsch gelaufen ich bin schon wieder verpasst ich bin schon wieder verpasst nein nein komm 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 ich habe den verpasst ich habe den verpasst Oh, ich glaube, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Oh, ich glaube, ich bin schon wieder falsch gelaufen. und jetzt bin ich falsch bin ich falsch nein kommt spring 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 baby ich hab das ich bin zwar nicht ehrgeizig aber aber jetzt muss ich mal ganz kurz gucken naja schnell schnappte die schmiede der jürgen sie schon sehen sagen auf lauf 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 wieder falsch wir sind die schnellste frau der schnellste präsident der will wir sind die schmerzen der exakt okay okay all right right right, okay, right right right, okay we have to go there. we have to go there whatever, we know, whatever up the. most the flame okay. ich kopf wir den schwimmen. the fast cloud come, burn, burn! yeah, come, come. love, 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 love Ich werde sicher sagen, dass ich das rauskriege. Möge. Lauf, Mann. Bestand mit Ihnen! wo muss ich denn wo muss ich hin wo muss ich hin kommen springen meine präsidentin springen ok 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 was was jetzt mal kommt 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 ok es tut mir leid meine freunde ich bin zu blöd für diese walt und für dieses heißt robert und das ist alles ganz tragisch aber 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 dafür geschlafen software park auf die bänke hake legen ach hätte ich kein geld ich würde euch geben freunde ich würde euch geben von glaubt es mir wir können hier überall zu betrinken das ist eine coole sache so ein moment das ist das rette den planeten kehre zum schiff zurück kann doch mal zum ende der aufnahme session beziehungsweise zum ende der ich glaube ich lauf gerade falsch ok wir walken ans ufer wo muss ich jetzt hin wo muss ich hin muss da lang ok mark muss natürlich genau in die andere richtung kommt da kommt es kommt jetzt richtig sind wir sind richtig freuen wir sind wirklich entschuldigung ich wollte den kaffee nicht irgendwie das tut mir auch total man muss doch hin freunde war das sehe ich eine datenzammlung ist das richtig aber was machen wir jetzt was machen wir jetzt was machen wir als kehrer zu zum schiff was ist das virus verdammt wo muss ich denn ich muss ich muss ich muss zum schiff wo kommt jetzt zum schiff vorne aber da seht ihr die schöne türen aber gucken wir gucken wo dahin kommt vorne haben wir lassen verlassen mal die simulation ich bin euer präsident ok was machen wir jetzt was machen wir jetzt emotionen betreten ich habe nichts gemacht freunde ich habe gar nichts gemacht ich habe gar nichts gemacht was ist was what exactly is enter the dominatrix man are we really digging that up it was really weird it was amazing worst idea we've ever had really script made no sense like at all saints row four was way more elegant pierce seemed to like it of course he liked it it started off with him as mayor of steelport wait if pierce was mayor that means mayor reynolds and you were like i said worst idea we've ever had my administration was tough but fair i'd like to think the boss based their presidential performance on me yeah that didn't happen of course originally they just booked me for a guest appearance but i just chewed up the scenery so much they had to keep me of course i did have to insist on several changes such as well for instance in etd that's short for enter the dominatrix the sin arrived with much fanfare assaulting the city of steelport but you know i don't want to spoil it for you see the mission and you'll get what i wanted to change have you understand what they said i don't understand what they said i have not one word from the stand for you this is the center surrounding us we need to do something we're heading out boss grab a gun i don't plan on taking zinyak out with my bare hands oh i just came out of nowhere and said i warned you people for years i'm the president i want to tanzen that's crazy crazy fucking crazy y what is the hat josh to the roof can you see the land place where i want to dance yes to battle i want to dance friends i want to dance where we have to go where we have to go all right babies what's going on here what's going on here what's going on here okay all right all right all right na good we'll see time to shoot some you're going down zinyak wow your gun is a bit unespaned fallschiff what do i have to do friends what do i have to do bring him with the fallschirm up oh but how do i take the fallschirm y fallschirm open okay oh now and now where do i have to go friends where do i have to go ah look how beautiful ah how wonderful wonderful well this is einfach großartig ah aber überhaupt geschossen freund das macht doch keinen spaß hier wir sind doch hier wir haben so schöne planeten und wir machen so viel miss damit es ist einfach unfassbar meine freunde all right ah schau wie wir wunderschön wir hier pflegen mit einem schwarzen wunderschönen fallschirm okay okay und jetzt was müssen wir jetzt machen okay we got your back boss where's john who cares focus on the zin people of earth surrender to the zin empire and you will be spared mostly ich weiß nicht im gericht was ich hier mache aber es ist rumpf zu schön das ist die 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 I'll give him that. I warned you, Kinsey, you've really got to let this go. Not until you apologize for not listening to me. Fine. Kinsey, I'm sorry we sometimes don't listen to your crackpot conspiracy theories. There, we good? I don't think you mean that, but yes. Your attempts to defend your home are noble. And I assure you they will bear no fear. Where are they? Where are they? Where are they? Friends, 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 friends. Ah, wonderful. Where are we? I want to go there. I want to go there. I want to go there. I'm sorry, I'm sorry. Oh, friends, it's come here. It's wonderful, as you're here. Good, good. You're a little hot guy. Wonderful. What is that for colleagues? You're looking at me. I want to go there. What are you doing? What are you doing? Where are my striders? Where are my striders? What are you doing? OK, OK. What are you doing? You're damn I do not. I don't know anything. I'm not doing anything. What are you doing? x was ich habe doch gar nicht wollte doch da in stadt irgendwas panzer faust wo sind welche kennt sie sagt nur sind welche was muss ich machen ich habe den blick verloren er wollte über euch mit mir anlegt mit mir mit spiegel von 40 und mit dem präsidenten der freundlichen scheiße und das können wir nicht bringen es ist ja nicht euer ernst liebe leute das coole ist ja die unbegrenzten muni ich kann also so ist das könnte ich gar nicht vorstellen haben wir uns da verstanden so wieso habe ich ja eigentlich habe ich ja was sie doch in der warte wo prüfen wo fußt da die mit lady mit dem akkurzen ach das ist wundervoll ich glaube wo sind ufos vorne hier kommt mir gerade recht ihr kleinen fänner da ist doch einer da ist das Das ist wunderbar. Bäuschen! Wo ist der nächste? Oh, Ufos! Schau, Schandi, Schandi, Schandi! Aufstehen, aufstehen, aufstehen! Da oben, ja, wundervoll! Wundervoll, wundervoll! Oh, aber die schönen Frauen-Altern. Das ist einfach... Oh, okay. Wir machen ja richtig flambazamba, Freunde! Freunde, Freunde, Freunde! Oh, ich liebe diese Part! Ich liebe das Ding! Ah, ich liebe das Ding! Vielen Dank fürs Zuschauen! Wir müssen irgendwie den Planeten retten. Ich weiß nicht, wo wir hier gelandet sind. Das ist auch die letzte Aufnahme der Session. Und dann in ein, zwei Folgen mache ich noch. Und dann schauen wir mal in dem Spielknecht. Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Schau, schau, schau! Schau, schau, schau! Schau, schau! Schau, schau! Schau, schau! Schau!